Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play Stay of Decay, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labor. So, hier hatten wir jetzt auch nochmal was. Ja, und in dem Sinne haben wir jetzt hier alles durchsucht. Das war's. Ja. Ich glaube nicht, dass die ans Auto gehen, wenn wir da nicht drinnen sitzen. Wir gehen erstmal nach oben. Okay, Zombies haben wir hier oben schon. Aussieht wahr hier oben echt... Die Leute sich wirklich... Das Geräusch war gerade richtig ekelig. Sorry. Hey, all clear. Okay, durchsuchen wir mal ganz in Ruhe. Ne, so ein paar Schrauben, ne? Wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Geh jetzt auch immer wieder von hinten rein. Ich könnte ja jetzt vorne und dann rumgehen, aber ganz ehrlich... Ich glaube, dass die Taktik von hinten nach vorne besser ist. Ja, aber nicht, wenn man... Nein, ich will nicht schneller durchsuchen. Das gefällt mir. Das hat mir gefallen. Und wir gehen hinten wieder raus. Halt, 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 halt. Das sieht aus wie eine Munitionskiste. Nein. Wir gehen wieder nur in der Waffe. Hört sich an, wenn der drüben auf der anderen Seite wäre. Oh, ja. Nichts mehr noch. Ey! 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 Der muss doch auch nicht sterben, ne? So, wir gehen wieder zurück. Machen jetzt erst den Raum weiter. Nichts, nichts. Ne, komm. Eieieiei. Jawohl. Das war gut, Leute. Also wir kriegen schon Materialien ohne Ende. Wir kämpfen uns immer weiter nach vorne hindurch. So, zurück. Hey, yo, this is your neighbors and found the way. We want help with the south, go quick. Mhmmm, machen wir mal so. Gehen wir mal in die letzte Abteilung und dann düsen wir wieder nach Hause, weil... Sieht ja ziemlich gut aus. Sieht ja ziemlich gut aus. Hier ist nichts drin. Ja, gut. Wir haben jetzt die alle durchsucht. Ich bin der Meinung, wir verpissen uns und bringen erstmal die Materialien wieder nach Hause. Aber erstens ist das Auto mega... Halt, warte mal. Na, da war schon einer dabei. Erstens ist das Auto mega im Arsch. Zweitens hätten wir nichts davon zu sterben mit dem ganzen Kram. Gut. Dann das, 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 das. Das, 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 das. Aufgeräumt. Weiter geht's. Ich muss mal gleich gucken, wie ich ein Reparatur-Kit wieder herstelle. Weil ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Und Benzin könnten wir auch mal so langsam wieder gebrauchen. Bei Materialien und dem ganzen Kram haben wir echt genug. Aber uns fehlt wirklich an Benzin. Lebensmittel sieht auch ganz gut aus. Munition eigentlich auch. Ich weiß noch nicht, wie ich mir bessere Munition wieder herstelle. Oder müssen wir gleich auch noch mal. Wer hätte die Kommandozentrale auf? So, wer hätte die Kommandozentrale auf? Die Kommandozentrale müsste hier unten sein. Und dafür brauche ich Teile, einen Schaltkreis. Wissen über Computer und Strom kriegen wir dann. Kann ich aber nicht. Anforderungen, Wissen über Computer und Strom. So, manche Sachen... Ja, ist okay. Ist alles gut. Dann gehen wir mal wieder los. So, was fehlt jetzt? Was ist das denn? Was heißt das? Mega Willi. Okay. Ach, wir könnten uns jetzt verpissen in ein neues Gebiet, oder was? Okay. Okay. Okay, ihr geht's schon wieder gut, aber den anderen gar nicht. Hat aufgrund ihrer niedrigen Morale einen Streit angezettelt. Erhöht ihre Moral, um zukünftige Auseinandersetzungen zu verhindern. Was ist los mit dir, Alter? Was ist denn mit dir? Beseitige die Infektionen. Da oben. Ja, ich möchte dich aber dann nicht mehr mitnehmen, Baby, weil du gehst mir mega auf den Strich. Wie geht's ihm denn eigentlich? Na, ihm geht's immer noch nicht gut. Wir sind eigentlich müde. Wie geht's dir? Ja, wir müssen da oben. Ja, wir müssen da oben hinwiesen. 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 Die wollen uns immer rasieren mit Shampoo. Echt. Dankeschön. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal Medikamente reindrücken. Haben wir noch Medikamente überhaupt verfügbar? Das wäre nämlich auch schon mal ziemlich wieder nice zu wissen. Ja, so wie es aussieht, sollte ich mal wieder Medikamente herstellen, weil wir haben kaum Medikamenten. Ei, 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 Leute, ey. Klar, wir haben jetzt zehn davon, aber es ist echt nicht einfach alleine. Man merkt, dass das wirklich ein Koop-Spiel ist. Na, guck mal hier. Auch wieder die Infektionskram. Warum macht hier keiner die Tür zu? Mann. Und dann medizinische Gegenstände herstellen. Wir können hier eine Bandage. Anforderung Wasser. Wir haben kein Wasser zur Zeit. Ähm. Warum haben wir kein Wasser? Ja, nur mal so lieb gefragt. So. Dankeschön. So, jetzt können wir nämlich hier Flasche mit schwachen Schmerzmitteln oder mit starken. Ja, ich stelle mal die her. Nochmal die. So. Jetzt sollten wir ja so langsam mal wirklich genug. Weil es kostet ja Erste-Hilfe-Sachen, Leute, ne? Also wir haben jetzt noch vier Erste-Hilfe. Wir hatten vorhin zehn. So. Also, ja. Was soll ich machen, wenn es sonst nicht verfügbar ist? Ich brauche ein Reparatur-Tool. Bisschen über-mechanisch. Ich weiß nicht, wie ich das herstelle. Wirklich nicht. Ich habe mir jetzt mal eine Dosenbombe noch mitgenommen. Karre ist eigentlich völlig im Arsch. Ich bin aus dem Arsch. Wir fahren da mal hin. Da kann ja nicht die ganze Zeit nur der mich zugucken. Ich bin nur hier dank für die Arbeit und die Arbeit und die Arbeit und die Arbeit und die Arbeit. Ihr habt es zufrieden. Ich bin nicht sicher. Erstmal aufräumen Halt die Schnauze Du kannst gar nicht mehr sch- Oh Aufgeräumt Kinderleicht Das war auf jeden Fall nicht schwer Schau da, Mann, ist das für mich? Dann geh mal wieder Munition Warum stand denn da gerade wehklettern? Es fehlt auf jeden Fall noch eine Kiste, Leute Wo ist denn die letzte Kiste? Hm Ah So Damit sage ich aber auch erstmal wieder Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt Bis morgen Tschüss Lass uns ja mal gucken, was noch drin ist Munition Auch nicht schlecht Na, haben wir jetzt am Weg So ein bisschen Munition Sage vielen Dank fürs Einschalten Bis morgen Tschüss Bis morgen